Willkommen bei Ihrer bester Wahl. In diesem Video besprechen wir den besten Reisekoffer. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Reisekoffer, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 Samsonite Lite-Shock Spinner Hartschal im Kuffer. Mit der Kollektion Lite-Shock Revriter verwendet der beliebte Anbieter Samsonite in U-Rid Instanzen von Superlativen und sammelt auch brandneue Anforderungen, die die Anforderungen eines der am meisten benötigten Besucher erfüllen. Das Spitzenprodukt-Kurv verfügt über eine starke Wirkungsbeständigkeit mit einem federleichten Leergewicht und macht die Lite-Shock Revriter Version zum exzellenten Allrounder. Umzug auf Nummer 4 Samsonite Basahitz Spinner Weichschalen Kuffer Der Samsonite Basahitz Revriter bietet Ihnen eine weiche Schalensituation der Oberklasse. Wie vom angesehenen Lieferanten erwartet, erfüllt dieser Artikel alle Anforderungen, die Sie an einen weichen Wagen stellen können. Samsonite setzt auf höherwertigen Nylon im Gegensatz zu dem Polypropylen, das viel typischer in Softshell Instanzen verwendet wird. Im Gegensatz zu Polyester hat Nylon eine höhere Schnitze wie Abriebfestigkeit, weshalb die Lebensdauer einer Nylonsituation in der Regel viel länger ist. Auf Platz 3 Komma Samsonite Thermo Young Spinner Trollei Der Thermo Youth Full Revriter ist ein langlebiger Hartschalenwagen des prominenten Reisetaschenherstellers Samsonite. Es bietet Ihnen alle Vorteile, die einen Harenkorb mit einer dicken Haut machen. Seine Stärke hat ebenfalls einen entscheidenden Nachteil, insbesondere ein hohes Leergewicht. Der Thermo Youth Full Revriter von Samsonite ist eine dicke Hautsituation, die, wie viele Taschen dieser Art, durch ihre Tragfähigkeit und Sicherheit identifiziert wird. Es ist speziell für Sie geeignet, wenn Sie versuchen, faltenfreie Kleidung und auch normalerweise gut geschütztes Gepäck zu finden. Umzug auf Nummer 2 Hauptstadtkoffer Alex Hartschalenkoffer Mit der Alex-Version nutzt der junge Produzent Hauptstadtkoffer eine wirtschaftliche Option aus Deutschland, vor allem für junge und preisbewusste Besucher. Ähnlich wie beim Geschwister-Desichten-Spray erhalten Sie trotz der geringen Kosten einen gut verarbeiteten Artikel. Die Finanzierungssituation Alex ist eine dicke Hautsituation aus Polycarbonat sowie Abdominalmuskeln. Im Konzept haben solche Taschen eine große Stabilheit und auch Kraft, ohne überfordert zu sein. Deshalb eignet sich der Alex für stabilitätsorientierte Touristen, die einen Großteil ihres Reisebegeplans an anderen Orten investieren wollen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, Samsonite Neopulse Spinner Hartschalenkoffer. Der Samsonite Neopulse Revriter bietet Ihnen im Heichrader AI einen hochwertigen Hartkoffer, der aus dem angesehenen Lieferanten herausgeholt werden kann. Vor allem das durchdachte Layout macht diese Version auf sich aufmerksam. Der Samsonite Neopulse Revriter ist eine dicke Hautsituation mal in Europa. Der Auswagen, der aus 100% Polycarbonat besteht, ist aufgrund seiner hohen Sicherheit speziell auf das geprüfte Gepäck im Flug abgestimmt. Der elegant aussehende Artikel erfreut zusätzlich jede Art von innovativen Stille-Followern. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.